Hallo Hallo Zwei Leute haben mich schon wieder resubbt seit ich Seit gestern anscheinend Hi Heute wieder smashen Hallo Hallo Eieiei Guck mal Little Mac den kennen wir doch jetzt etwas besser Wir haben so manche Gegner von denen Naja Heute wieder smashen mit euch zusammen Wer mitmachen möchte Einfach eine freundschaftsanfrage an Jesse66 Schinken Schinken? Ja Der Jesse66 Schinken Schicken und dann kann ich euch gleich mal alle annehmen Nachdem wir das Intro hier einmal durchlaufen lassen Einfach weil das Intro cool aussieht Und die Musik cool ist Und Captain Falcon cool ist Und Megagluark natürlich auch Und Schatten Mit seiner Chaos Kontrolle Nein Ach Sonic Wieso haben die denn allen Ein Sprache gehen Super Milch Prost So Gucken wir mal kurz Irgendjemand der mich noch hinzufügen möchte Ach jo Sind ja doch ein paar Hoffentlich besser finden als beim letzten Mal Hoffen wir es mal Dann haben wir hier Sodie Ich smash dich weg Das wollen wir doch mal sehen Heute nicht nur im Chat Jo So gut Ja ich habe gestern mal nicht meine Freundesliste aus Janschelle Mal nicht ausgeleert Ich werde sie heute Abend wahrscheinlich erstmal wieder ausleeren Aber soweit Da sind wahrscheinlich eh ganz viele die auch gestern bei Mario Kart dabei waren Und heute auch bei Smash dabei sein wollen Von daher Hab ich das einfach mal noch gelassen Fantastic For Glory Zelda war vorgestern Hallo Jan Hallo Niklas Sio Ich würde sagen wir länger mal direkt mal in der Runde los Dann machen wir mal so 1,2 Runde oder so Und dann füge ich noch mal ein paar Leute immer wieder hinzu Wir machen Muss mal so sagen Kämpfe zu viert Mit Items Alles geht Keine Teams Einfach drauf kloppen und Hörgucken was dabei rumkommt Ich finde das ist am besten Ich mach einfach einen Raum auf Ihr könnt reinkommen Wenn ihr schon einmal dran gewesen seid Dann lasst bitte anderen den Vortritt Denn ich glaube es gibt genug die auch mitkämpfen wollen Seid so fair und tut das Ich kann Ich werde vielleicht ab und zu mal über die Namen gucken Aber ich werde nicht jeden Namen mir merken können Vor allem wenn es dann so wieder wie beim letzten Mal ist Dass einige Leute dann einfach Oder einige Namen dann einfach mehrmals vorkommen Und Joa ne So das passt soweit Joa das passt auch alles soweit Super Smash Chaos passt gut So Jakob kann rein Ich geh schon mal hin Zweitakiewicz kann rein Ich nehm einfach auch weiterhin immer random und Random Charakter, Random Stage Mal gucken was bei da rumkommt Oh, Dark Pit Elektroshocker Ah Da so ein Schild Das und das Da so das Fliegen Und den Pfeil Okay Ne und auch zwingend kein Omega Stage Das kann alles dran kommen Von daher Anything goes sag ich mal Alles kann hier passieren Alles kann hier passieren Ja das ist eine interessante Neutral Air Ein schöner Schild eigentlich Wow Wow Ich bin mit dem Panzer zurückgeschlagen Da eigentlich auch zwei Sprünge, drei Sprünge Ich hab keine Ahnung Huch Sunly Blitz Alle weichen Hier wird das mal aus Da ist ein Huhn Da ist ein Huhn So Ich hab das Huhn weggeschlagen Das heißt das Huhn jetzt auf meiner Seite Ist nicht Keine Ahnung Niemand will mit Hühnern kämpfen So So Und Schießen Und Schießen Okay Ich wusste nebenbei gerade nicht Was mein Ultra Smash ist Ich hab einfach mal random gedrückt Uh Ich kann fliegen Wie schön Hallo Eingepart Und tschüss Heimat Roschka Oh Hilfe Da wollte ich nicht hin Ach das ist glaube ich aus Xenoblade ne Irgendso ein Teil Keine Ahnung was es macht Irgendwas aus Xenoblade weiß ich nur Und weg mit dir Und Pokéball los Ja da war Sehr gut Sind die Leute geschützt gegen Wow Da lag eine Mine Sind die Leute geschützt gegen Projektile Kann ich aber daraus Projektile rausschießen Gibt das als Projektil hier Das ist das Ah das sind Raketen Tornadoattacke Wow Meine Güte das lief ganz gut mit Dark Pit Ist der Lichtfallverschnitt Ja ich habe das geile Mending von Kingdom Hearts Birth By Sleep schon gesehen Und ich finde das sehr schön Wow habe ich eine Menge rausgehauen Der Fug ist passiert Achja Moment Ich habe mich ganz vergessen Einmal bitte raus Ja hey Sind alle rausgegangen Wie nett Danke Jetzt einfach mal weitergemacht Ups Hini Und wenn das nochmal kurz ein bisschen durchscrollen was da noch zugeschrieben wurde So Dark Pit OP Kommentare Ja Das ist schwer was ich hatte Ja das ist ein bisschen gemein glaube ich manchmal So wen kriegen wir jetzt Darkhand Okay Aber mit Darkhand kann ich nicht so gut Also mit Pit ging es ja noch so ein bisschen aber So was war deine Das ist besser Das war das Fliegen Das andere war glaube ich dieser Typ hier ne Ja Okay 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 5 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 6 5 6 6 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 20 15 Hallo, Hündchen. Boyan kann ich auch. Ne, Moment. Das war die falsche Pose. Boyan. Wo bin ich eigentlich? Ach da. Habe ich schon wieder die Alga gesagt? Meint doch Palkia. Sie sehen sich so ähnlich, die beiden. Kann man sie gerne mal verwechseln. Schöne, der kann ja auch in der Luft stehen. Oh, hallo, Genesekt. Ja, die Leute aus dem MK-Zinn sind wir noch in der Friendlist. Ouch. Ach so, ich bin rausgeflogen. Okay. Ja, das war knapp. Wie gesagt, mit so einem kleinen Eingabeleck von einer Sekunde ist es relativ schwer zu spielen. Aber na ja. Sieht schon sehr interessant aus. Äh, nein. Huch. Das sah interessant aus. Und tschüss. Ich denke mal, die Spieler, die auch gerade mitgemacht haben, können sie bestätigen mit dem Eingabeleck. Ich nehme noch. Nope. Not today. Dati. wird deswegen nicht wenn man es im mund hält keine ahnung oh gott, oh gott, oh gott kommen wir kaum voran irgendwie wirklich doch das ding ist schon wieder da oder diesmal, oh hier möchte ich nicht stehen okay, ne doch nicht, da war noch eine plattform joanne ist der kaputt gegangen er ist rausgekommen irgendwie fehlt mir so ein pokémon hier irgendwo und dr kamashima, oh gott, da wollte ich nicht hin ja, konnte man die zahl nicht wegkauen oder so ach, der kann sogar runterfallen, okay wunderschön runtergeschmissen das ist echt schwer so zu kämpfen, muss ich sagen doch, lavados so und irgendwie fehlt mir da gerade der zweite Sprung wo kommt denn diesmal runter hui, fliege ja, der Eingabelek ist wirklich schrecklich wie gesagt ich kann es mal kurz mal demonstrieren ich kann es mal kurz mal demonstrieren ich drücke jetzt auf springen und da springt der erste also das ist echt nicht schön oh, hi oh, da konnte ich nicht mehr fliegen und aus und wieder hoch ja, ich hoffe das Match, aber es wird ja wohl kaum an mir liegen sondern vielleicht auch an anderen das Match eben lief ja ohne Probleme da kann man auch nicht abbrechen meine Güte das war zum Glück kein anstrengender Kampf 8 Minuten meine Güte hat ja zum Glück nicht lang gedauert gut gut, die nächsten drei dürfen rein mal gucken, ob es jetzt länger geht oder besser geht okay haben wir wieder eine neue ja, ich hatte fünf Leben am Ende weil ich zweimal eine Fahne aufgesammelt habe und die Leute haben mich auch einfach machen lassen oh, hallo Ganon Dorf kann ich auch dabei drehen ja, kannst du immer mit der linken Faust schöne Pose lauf Ganon Dorf also, ha, laufen ja, doch jetzt ist es viel angenehmer das auf jeden Fall es spielt sich wieder oh, das war schön oh, das ist dann die Star-Zepter oh, nein, nein, da möchte ich nicht rein oh, achso, pro Block und alle gehen alle Kämpfer gehen hoch geht ja gar nicht geht ja wohl verdammt huch, einfach den Pit weggetreten und einfach weggeschlagen das hat mich mit meiner Anrufe abgeblockt hier, das Geschenk und noch mal und noch mal Bombs ich bin hier so ein bisschen sicher nein, falsche Richtung ouch und aus oh, Kawashima oh, Kawashima das sah cool aus oh, mein Schild ist fast weg ouch 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 holly mein, bin ich weit geflogen einfach den Pfeil mit dem Ding abgewährt hat sie meine Hand mit ihrem Fuß einfach abgewährt mit von dir, Rosalina das sah interessant aus oh, okay ich habe Superarmor wenn ich das ouch mache da habe ich Pong in den Hintern bekommen so, Andy Bulli vielen, vielen Dank fürs Subscriben nun gehörst du auch zu den Teufelsen Stars of Twitch und zu meiner Tanzarmee ein Modbefehl für neue Subs beim Nightbot einbauen kannst du gerne machen ich glaube, das kann ja kann jeder Mod auch einfach so machen das sage ich mal nichts gegen Vogel Willi gab es doch gestern genug nach jeder Werbung dürft ihr alle wieder rein jo ich denke mal, das ist eine gute Regel aber halt auch, dass das wirklich ich glaube schon, dass es über Commands geht ansonsten mache ich das einfach gleich in der Werbung Huch es kam da gerade runter mein Pokéball ein Lektro Ball wie keiner das Lektro Ball einfach nimmt und es wirft wie langweilig ich glaube, eine Nachricht mit Hype Dodo für Subbing für Subbing ist glaube ich gar nicht mal so schlimm wenn ich wieder Leute an jetzt wie gesagt, ich mache es einfach gleich in der Werbung dann passt das auch so sieben neue Anfahrer hier Werbung nee, noch nicht ist noch viel zu früh für Werbung Smash Hype again ok auf einige gute Kämpfe und noch den Chinamann auch toll aus 31 Leute online davon wollen sicher noch ein paar kämpfen neun duften schon so ok mal wieder das Zufall und jetzt muss man noch drauf warten dass ihr irgendwie reinkommt oh Tunling in lila ich kann auch bei den Statistiken einfach auf oben drücken ok ich dachte das würde nicht gehen weil online und so der Name vom Blimbo ist gut ich habe das Master Schwert du kannst mir nichts oh falsche Richtung alle wollen mir weh tun schön dass deine dauerhafte Janschelle einfach da stehen hat so so ich habe zwei Schwerter nicht mehr au ist das Huhn erwischt? ja ich habe das Huhn erwischt ich weiß man nicht ob man das Huhn angreifen soll oder eben nicht ich glaube man soll es nicht angreifen was so geplant war Alter die Range von dem Laser Schwert okay anscheinend scheint es mit dem Command zu funktionieren das ist gut ich glaube da wollte ich nicht rein ich spiele in Zeitlufe huch irgendwie hänge ich im Boden fest das war natürlich nicht mein Plan aber gut Nightbot ist kein Sub ich glaube nicht ich weiß nicht ob das sowas geht dass man Nightbot auch submen kann oder dass Nightbot selbst auch submen kann wow das hat sogar ziemlich gut erwischt so hier verfolgt den da ah wie mies genau in dem Moment kommt er durch der Stern ich glaube aus der Höhe kriegt er keinen Falkenpunch hin hier nimm mal hier nimm das ouch hoch den kann man größer machen mit Feuerattacken ouch wow geilster Tod ever das ist echt das war echt ein schöner Tod also auf jeden Fall der Tod war cool ja ich werde mit Sicherheit noch Zucht Streams machen dann dürfen alle wieder mal raus danke danke das Shield Break ja da muss man Twitch für anschreiben ach nee ich glaube das muss nicht wie haben wir denn diesmal war hatten ja zum Glück letzte Woche noch nicht genug Wario ich habe einen Nippel macht es immer episch Jonas und Jo Popo Jo Popo ist aber auch ganz cool Und runter. Okay. Dann auf in den nächsten Kampf. Es läuft zumindest alles heute besser als... Dingens. Als Magercut besser. Nee. Das kann jeder beitreten. Ich muss mich nur hinzufügen. In der ID steht... Titel. Ein Hammer Bro. Was passiert hier gerade mit mir? Aber wie gesagt, jeder darf hier rein und mitspielen. Einfach nur... Jessixix hinzufügen. Tschüss Bike. Oh, ich habe kein Bike mehr. Nope. So, dann mal weggepupst. Ich kann fressen. Oh, da wollte ich nicht hin. Schön, dass die Attacken von Meta Knight alle genauso stark sind wie ich. Oh, guck. Oh. Oh. Hier, Schwergewicht gegen Schwergewicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Fast nicht mehr springen. Äh. Äh. Die, die. Bum, bumm. Biss mich doch nicht auf. Äh. Bike? Wieso bin ich abgesprungen? Darf ich wieder bewegen? Ah, jetzt hat ich mich wieder bewegen. Hey. Fühlt doch nicht so mit meinem Bike rum. Und ich darf damit rumspielen. Oh. Das war die falsche Richtung. Egal, bin da. Äh, bin ich da. Ich bin runter. Okay. Passt. Und der, die hat sich noch ein Leben zurückgeholt. Wow. Dank des Paus kann ich ja gerade ja gar nichts machen. Wie viel Paus waren da bitte auf dem Feld gerade? Meine Güte. Leute, ich bin raus. Wo steht eigentlich deine Nintendo-ID? Moment. So. Ich glaube, die übersieht jetzt keiner mehr. So. Kapung Gak. Vielen, vielen Dank fürs Subscriben. Damit können wir auch zu den Teuflischen Starsatwich. Und zu meiner Tanzarmee. Man müsste eventuell noch hinzufügen. Äh. Das mit dem, äh. Willkommen auch zur Tanzarmee. Ich finde, das gehört auch dazu. Die Schrift ist so klein. Ich kann es nicht lesen. Größer, bitte. Und tschüss, Lucina. Ich glaube, aus dem Item kommt man nicht mehr raus. König DDD. König DDD. Ich kann es nicht lesen. Final Destination blendet mich. Tja. Geil. Finde ich so cool, dass ihr das alle gut mitmacht. Hier mit dem nach einem Kampf wieder raus. Ich konnte es nicht ganz lesen. Dann NN-ID. Ich kann es schon mal weitermachen. Chinaman. Yo. Exakon. Yo. Manibua. Yo. Oh, Mr. Game & Watch. So. New Sub-Hiped-Test. Willkommen bei den Teuflischen Stars auf Twitch und bei Jans Tanzarmee. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. 7,8 von 10. Too much Schrift. Block. Ich mach die neuen Schaden. Ui. Ich falle. Wer von euch hat denn früh die Game & Watch Spiele gehabt? Ich hab davon ein paar gehabt. Ich glaube irgendwas mit Donkey Kong hatte ich gehabt. Und so ein ganz normal, richtig gutes, altes Game & Watch Teil. Ach, die Schelle ist noch falsch rum, sehe ich gerade. Jetzt hab ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Wow. Dann treffe ich mal direkt mit dem, äh, äh, mit der Attacke und das ist eine 1. Hm, ich will dann eins. Das ist leckend ein bisschen. Aber es geht, es ist spielbar noch. Oh, tschüss Brücke. Ihh. Okay, der Attacke bricht zum Glück irgendwann ab. Das ist jetzt ein bisschen sehr unpraktisch gewesen. Oh. Franklin Bad. Ja, ein paar von euch hatten die Dinge also auch. Okay. Game & Watch. Das ist gerade von mir schön abge... Geil. Wie dem Franklin Bad ist das Ding von mir abgeprallt und zurück auf Mario und zurück. Sehr gut. Hätte ich schon wieder treffen können und was ist? Nein. Da kann man runterklettern? Das ist ja cool. Ich hab die Stage bisher noch nicht oft gespielt, außer für Palutena's Guidance. Ich hab die Einzimmer. So glaube ich die 8. Und schon wieder die 8. Oh, schieb mich doch nicht weg. Mario? Das machen wir noch da. Zum Glück bin ich auch nicht langsam oder so auf dieser riesigen Stage. Komme ich da überhaupt rein? Dann bin ich zu groß. Nee, 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 nee. Ich bin ein großer Kraken. Ich hab meine Zentakel und mach euch damit ganz... Nee, 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 nee. Und so, ne? Hallo, Iga Maro. Iga Maro Samenbomben war mich getötet. Brücke kaputt. Wo? Ich hab die Palutena gerade runtergeschubst. Was? Mario? Nein, nein, nein. Das war die falsche Attacke. Gut, dass ich gerade nicht den... Schwung nach unten mit... Was bist du denn? Ach so, das ist einmal Dino Ding. So, das ist gerade nicht den Schwung nach unten mitbekommen, aber sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt tot gewesen. Wer hat Palutena jetzt geschlagen? Ich nicht. Teleport. Oder Warp. Nee, Warp sagt sie. Ui, ich segle langsam davon. Doch. Hey, endlich hab ich sie manchmal mit meinem Schlüssel mal getötet. Auch, soll ich nicht runterfallen. Irgendwann ist das gerade zu Metall geworden. Ach, Palutena? Nee. So komme ich nicht wieder hoch. Hier hoch. Ja, ich bin wieder oben. Ich kann wieder mitkämpfen. Ich hab gerade die neunten bekommen aus Versehen. Äh, wollte nicht runter. Ja. Brücke kaputt. Ja, die Musik ist gerade echt sehr angenehm. Hab ich den neunmal gehabt und dann, äh, treffe ich natürlich niemanden. Das ist auch wieder so typisch. Da krieg ich mal das Gute und dann treffe ich niemanden damit. Dann, wenn ich da mal treffe, dann ist es die Eins. Oder die Zwei. Ich grüße meine Würstchen. Oder Pfannkuchen. Oder ich hab keine Ahnung, was es darstellen soll. Das ist nur 2D. Oder vielleicht hat er gemacht. Ouch. Rausgehen. Tentakel Time. Ich glaub, ach, das Smash ist online nicht möglich. Tentakel, 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 Tentakel. Moa. Palutena will also auch Tentakel. So, so. Da habe ich dann auch Tentakel. Papp, 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 Papp. Da haben wir mir schönes. Hui. Cool, ich habe sie aufgefangen. noch alles hier was mich gerade das ding fliegt in die luft er tut es nicht gelde so hell geworden ich bin nicht letzter ich bin noch nicht raus meine güte leute können wir nicht noch aushauen spiel mir flummi mit mr game and watch mr game and flummi oder so wer von euch hatte früher einen flummi meine güte waren die dinger cool ich hätte gern wieder einen flummi oder was war früher auch so total angesagte zu meiner schulzeit okay bin raus was hatten wir noch so alles jojos als in der vierten klasse waren jojos gerade voll in doch mal gerne wieder ein jojo und gutes altes mit kugel lager oder wie die dinge heißen es war mir zu teuer ist die qi sich heute ich damals auch noch aber das benutze ich heute auch von der ewigkeit nicht mehr ich habe noch skype gibt diesem jahren einen flummi ich will mich habe ich trotzdem gut gehalten mit mr game and watch ich habe mir die jose mal ins gesicht gefeuert spendenziel confirmed jojo flummi und keine ahnung murmeln wobei murmeln habe ich sogar noch eine ganze dose voll vielleicht suche ich sie gleich in der werbung mal kurz raus beyblades genau beyblades hatte ich auch ah ja die guten alten seien das hatte ich auch in der 5 5 6 glaube ich da hatte ich auch beyblades und immer schön hier ja slime hatte glaube ich auch das ganze komische zeug übrigens ein sehr schöner kampf palotena gegen dark pit auch keine momen ich kann auch so vor mich hin murmeln ich habe noch murmeln und lego oh ja lego hatte ich auch noch ganze menge ich hatte eine ganze kiste voll mit allerlei zeug nur mit quasi klein material hat mir daraus immer riesige was sachen gebastelt jugio karten auch noch eine ganze menge ich glaube ich suche nicht bei der werbung so ein paar sachen raus und zeigt mal was ich früher so hatte super smash mobile you zuschauen ohne euch one piece karten hatte ich auch sogar ja ich habe eine ganze menge zeugs damals mal erklärt hat und das ist vorbei blablabla let it rip füttert echt eine coole musik vielleicht wieder soll ich mir irgendwann mal kritiker aus uprising soll ja auch ziemlich gut sein dem kann ich euch alle erschlagen dann würde ich sagen machen wir eben kurze werbung und danach darf jeder wieder rein ich kann jetzt kurz mal gucken wo war das wo kann man rein hier nicht hier sie muss schon ganz rausgehen damit ich wieder ins menü hier gut wie gesagt wir machen auch ein bisschen werbung und gleich wieder da weiter ich habe jetzt noch ein bisschen vier 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 Vielen Dank. 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 Ah, ich wollte schon sagen. Ich wollte eigentlich irgendetwas machen oder ist einfach nur so da auch voll in die Mine rein. Ich werde so ein bisschen gefressen. Das ist mein Pokémon. Ich werde mal. Ich habe mal nicht rausgeholt, aber... Ah, der Typ, der Typ, der Typ, der Typ, der Typ, der hier ist gleich alles dunkel macht. Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie... Ich... Okay. Okay, okay. geratina du warst hätte mich so habe ich gerade erwischt etwa ein cooles spiel das sind gar nicht meine bienen merke ich gerade und es gewonnen doch das lief ganz gut heute gewinne ich irgendwie relativ oft was tut ihr alles hier so was waren wir noch hier ja schon wieder weitergehen wenn der jetzt auch mal raus geht mein lego starship war er war auch komplett selbst gebaut und alles ja so wenn er jetzt mal bitte raus gehen würde können wir weitermachen alles komplett selbst gemacht also gute bis auf den teil da drin wo sie ein bisschen bunt ich habe keine ahnung das ist irgendwas buntes auf jeden fall das passt nicht so ganz dazu aber ansonsten selbst gemacht irgendwie wollen die leute gerade nicht reinkommen ich habe zu viele chaos ich kann schon mal weitergehen wie gesagt nach der werbung darf jeder ein weiteres mal immer wieder rein so was ich auch noch habe jubi o karten hier so ein buch mit ganz viel so ganz viele jubi o karten hier sind aber also die holo karten oder die seltenen seltene zeug drin sowas wie regeki topf der trägheit gehirnkontrolle und serien grace ich mir vielleicht hat der deutsche name nicht ein ähm 3 2 1 los los 4 kresnik ich sollte vielleicht nicht reingehen metallglurak und ouch natürlich fährt er gerade genau dann über die bombe wenn ich da gerade stehe klein gemacht wie süß wie süß lucina klingt wenn sie klein ist renne los china und sind so soll es das ist meine strecke nach oben hoch hier hallo jetzt können alle fliegen hochwertes bekommen aber ich bin rausgeflogen die bin ich rausgeflogen und mein mark Nein, 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 hoch. Äh, das tut weh. Oh, gut. Glück gehabt, dass es nicht gepanisch wurde. Bam. Ich ziehe mir einfach rausgehauen und... Ach ja, ich liebe diesen Flammenblitz. Au! Stimmt, ja. Den Typen sollte ich auch vielleicht ein bisschen aufpassen. Das ist praktisch. Was, äh... Sehr gut, Kiewicz. So, bam. Love that Flammenblitz. Autsch. Er lag so. Da bin ich. Oh. Ich hab gerade in die falsche Richtung geguckt. So. Metallglut sind wir hier bei Digimon. Ja. Chrome confirmed. Ja, das war einmal meine Digimon-Karten und dann habe ich, äh... Ende. Noch alles voller anderen Karten. Und ich hab keine Ahnung, wo ich noch alles spontan gefunden hab. Aber ich hab eine ganze Menge Karten. Aber es war wieder ein guter Kampf. Ding, 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 ding. Jo. Und Florian auch noch raus. Sehr schön. Sehr schön. Fast sehr schön, wollte ich sagen. Pummel-Luft bekomme ich. Ja. Jakob. Und Noah. Und Manni. Heute bekomme ich aber doch halbwegs gute Spieler. Oder Charaktere, besser gesagt. Pummel-Luft. Luft. 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 Muss mal runter. Gute Nacht. Wie gut ist die Musik, die es einfach ist. Ja, die Musik ist wirklich sehr schön. Das stimmt. Sehr schinken. Ich hab gar nicht den Ball bekommen. Ouch. Essen. No, 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 no. Luft sind einfach nur halt alle. Und die meisten Smash-Angriffe einfach ziemlich. Scheiße. Hups. Ich hab die Bombe nicht so ganz gesehen. Ich sollte vielleicht auch mal treffen. Ich tue da hinten. Ich wollte den Pieke Thunder abfangen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Also, ich drofe die Momente jetzt die Musik zu machen. Vielen Dank.